Eho, hier ist Ronja und wir bauen heute was mit dem Thema Schleim. Immer im Team ist der Flo, beziehungsweise Top stinkt. Bauen wir so ein riesiges Schleimmonster, was einfach mit so chemischen Dingen entstanden ist. Okay, fangen wir an. Wir machen eine Pfütze aus Schleim und dann zieht sich das so daraus so richtig hoch und ist so grui. Leglich, ich baue die Pfütze. Der platziert einfach Schleimmonster. Ich schreibe ihn no. Der platziert Schleimmonster. Weil, ich baue erstmal hier wirklich die Basis. Ich baue eine Pfütze. Du musst es größer bauen und auch mehr 3D. Du baust es nicht 3D genug. Nein, ist es noch nicht. Ich muss mal nur den Grundriss bauen, danach kann ich einfach alles dran klatschen. Okay. Ich habe eine Vision. Ich habe auch eine Vision. Wenn du das nicht baust wie meine Vision, bin ich mad und kick dich. Ja. Nicht nur, dass das einmal nicht klar ist. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Was kann man denn sozusagen Slime machen? Wir machen wie bei uns selber. Ich glaube, dein Mate ist nicht so der Kooperative. Kann das sein, Taps? Naja, nee, der ist untrainiert. Der steht auch drinnen in seinem Rang, untrainiert. Ich bin schon fortgeschritten, glaube ich, oder? Steht da irgendwas über mir drüber? Naja. Warte, ich bin erfahren. Also jetzt wollen wir es nicht übertreiben, Ronja. Da steht aber, ich bin erfahren. Nein, Ronja, übertreibs einfach nicht. Erfahren. Ach, nö. Ach, geil. So wollte ich es nicht. Ja. Mach's du doch. Ne, jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir nicht mehr genug Zeit. Ja, aber das ist doch nicht schlecht, oder? Ist schon nicht schlecht. Guck, das wird jetzt hier so ein riesen Batzen. So wollte ich es nicht. Ein riesen Batzen. Weißt du, ich füll's jetzt. Aber innerlich wein ich. Ich hätte was anderes gemacht. Meins wäre cooler gewesen. Wir haben noch drei Minuten, du kannst dir noch ein zweites machen. Ne, ich füll's jetzt einfach nur. Zweites, dann muss ich noch eine zweite Pfütze bauen, oder wie? Du bist jetzt hier größenwahnsinnig. Weißt du, ich find's nicht spannend. Und dann sag ich, I did it alone. My partner did not help me. Ja. I was alone. Nein, es ist okay. Es ist nicht so schlecht. Na guck mal, der, der, der ist, guck mal. Der ist in der Lage, ich glaube, mein Mate ist in der Lage zu lernen. Du Anführer. Was? Im nächsten bist du Anführer. Ja. Da kommt wieder sowas wie. Ja. Und dann gewinnen wir trotzdem. Habt ihr nicht schon mal gewonnen, irgendwie? Ich glaube schon. Ja. Locker. Ja, easy. Ja, 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 ja. Ach so. Ich glaub nicht, dass das so viel ausmacht. Ey, ja mal legit, wir haben einmal gespielt mit Julian oder so. Wie kannst du das wirklich, wenn jeder nur Legendary gibt, kannst du das richtig boosten. Weil die ganzen anderen Boots halt nicht schlecht. Super, ich find's schön, dass wir hier so schummeln. Und du hast offen auch eingestehen. Wenn sie nicht schummeln. Also wenn's, wenn's jeder von uns gut fand. Ich find's, ich find's auch immer super kacke. Ach so. Weil's besser dasteht. Ach so. Das ist auch nett. Guck mal, das ist wenigstens schön unsymmetrisch. Guck mal, das ist wenigstens schön unsymmetrisch. Okay. Und dass das so aussieht, als ob der so, weißt du, sich so halt einschleimt. Ich mach jetzt so kleine Dinge, als ob der Schleim so hier runter grad fließt. Okay. Okay. Die Frage, die wir uns jetzt stellen ist. Was ist das? Das ist nur irgendwie. Die Frage, die wir uns stellen ist. Warum? Das ist nur irgendwie. Das ist nur irgendwie. Die Frage, die wir uns stellen ist. Warum? Die Frage, die wir uns vorne fragen. Is wahrscheinlich... Ist das die Rettung. longesten Ausズers, die wir uns zur Füge r Emmen haben. Äh? Ich muss es noch füllen? Darf ich dir noch ein bisschen... Eine immer so übereifrich sein? Immer übereifrich sein. Ähm, okay. Wisst ihr was? Warte mal kurz... Wir können sogar noch mit Dings machen, so. Ey Runde, ich weiß was. das ist krass ja krass war da sein wir ein bisschen teppich auch aufs schleim ihn machen würde ich wirklich sagen sagen wir ein schild machen so ein namensschild und ihn schleim ihn nennen wollen wir so ein bisschen dings hier dran machen ne gell das aufs schleimmonster jetzt wird es ganz ja ist ein anfänger ich glaube ja ich glaube erst als ob der so tropft ja 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 das ist gut mach ganz viele macht überall noch alles voller schleimpartikel auch bei der flasche auch nice ja ja guck mal das ist das ist doch was wir gewinnen das ja wir gewinnen das ja wir gewinnen das na ja eigentlich nicht das ist ein unfall das ist ja auch der sinnreich das ist mein meter ist crazy frog okay was ist denn das hat ein slime mit einer brille gebaut weißt du was ich gebe es sogar gut es könnte schlimmer sein es könnte schlimmer sein guck mal tops und crazy frog haben hier übergibt sich ja den kotzen den kotzen habe ich gemacht den kotzen ist gut ja das kotzen wollte ich machen es sieht aus wie so ein tamagotchi der hat auch die idee gehabt wie dein kumpel oh guck mal der hat auch ein slime gebaut okay sorry aber der kriegt einen kacke es ist nicht so kreativ und er hat es nicht mal fertig gebaut und das in fünf minuten oder so okay das ist auch glas warum würde man glas verwenden okay sorry aber die grüntöne tun weh im auge das ist ein super kacke das sieht aus wie das monster aus der sesamstraße was im müller immer wohnt das kein witz wie heißt es groby oder so der buschmensch was ist denn das richtig ronja und talks stinkt alles voller schleims die idee ist jetzt nicht so kreativ bei den banken aber kaka ist drin kaka ist drin ich bin auf dem vierten okay gut thema weltraum ist thema zwei planeten wir bauen die in die luft und wir machen es schwarz und wir machen schwarzen boden schon mal und ne dann wird das du machst schon einen schwarzen boden träumchen kann man wenn du irgendwie dunkel mach was sonne in der mitte ja 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 sonne in der mitte und dann so einfach planeten drumrum auch weil wir das so in realistischer skalierung nö muss nicht realistisch sein einfach nur verschiedene sachen okay das heißt ich brauche blau und ich brauche grün obwohl ich kann er noch aus grasblöcken bauen gelt das ist realistischer ja oder ich wurde macht so wie ein globus halt so mit hellblauer wolle und grün und so oder ja ich mach blau und grün so meine dings meine sonne hat so richtig hier strahlen okay krass wenn meine erde nicht die sonne lacht das freut mich doch zu hören so meine erde sieht und welche platen gehst du noch und ja ich kenne auch den saturn und ich kenne noch er hat so einen ring wollen wir den bauen okay welche farbe so mars würde ich orange braun machen und dann mond würde ich so gräulich machen und saturn würde ich mit ring machen ja aber mond müsstest du einfach nur hier so machen so so klein oder mach den mal weiter weg ja ohne spieler kopf als als planet einfach nee nee das sieht komisch aus ob es der mond nicht so mini immer weiter weg du musst es immer so nah daran sag mal weiter weg baut du in einem blog weiter daneben ja aber ist nicht so weit weg ich vergliche so hallo ich habe gerade gesagt wir machen sich realistisch so halt aussehen wie das sind viele planeten baut er den fünf zentimeter daneben das gibt's ja nicht so baust du jetzt den mars würde ich sagen willst du den jupiter bauen oder saturn oder wer ist der mit dem ring? ich glaube die haben beide einen ring. saturn hat einen ring. ah die haben beide irgendwas was hat jupiter? wie baut man saturn? das ist so ein großer matschiger mit so einem gasring. saturn ist der mit dem ring. warum denn stein? warum denn stein? ich habe gerade gesagt ich baue das grau. da kommt dann noch so nebeldunst drumrum. aber wieso? was gibt es noch? was soll ich bauen? raumschiff. ich habe kopfweh bei dem wetter. habt ihr auch kopfweh bei dem wetter? nö. okay? nö. ich auch nicht. wie kann man ja egal wir machen keine. dann würde ich sagen machen wir es aus slaps oder? ja. ja ja ja. slaps ist ne gute idee. ich baue jetzt hier unten und oben noch was dann aussehen wie ein kugelfisch. willst du nicht gleich gesicht hier dran machen? ja. okay warte. ich hätte es aus glas gemacht. weil es ja so ein nebelring ist. aber ich muss dann schnell sein. warte. so dunkle glasflips. weißt du was ich meine? glas paints? ja. so? oder paints? die paints. ok ok ok. kriegst du das hin? kann man dir helfen? ich glaube alle. 1, 2, 1. warte ich muss mal schauen dass es halbwegs relativ rund wird. ja. mehr oder weniger ne. es geht ja um die idee die zählt. es geht ja um die idee. ok. einfach. 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 deine hälfte wird vielleicht symmetrisch. meine hälfte vielleicht eher weniger. manchmal connecten die nicht. aber das ist egal. das ist nur ein bug. das ist ein bug. das habe ich gesehen. sieht aber eigentlich ganz cool aus. wenn man das hinkriegt. ok. wir müssen jetzt richtig schnell sagen. ja ja. ich bin flink wie der wind. hier guck. wo ist deins? ja. es ist bisschen schief wenn du mal hoch fliegst. ähm. warte mal jonge. oh nein. oh nein. es ist voll unsymmetrisch. ja. wow. wow. ok. das ist super kacka. ja. super kacka. ne 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 ne. so nicht. das ist ja wirklich. also. pfui. weißt du das? ja. was steht das? da steht space. oh tups. was kannst du sagen zu dem typen? wow. wow. pf. angespuckt für sich fühlen. der hat ein mars gebaut oder? ich finde das nicht gut. ich weiß nicht was das ist. ich finde es okay. weil bis jetzt waren die anderen noch schlechter. unheimlich. guck mal. der hat eine rakete. das ist eine torte. weißt du was? guck mal. der hat einen richtigen auspuff. oh. guck mal. das ist gar nicht schlecht. was mit den glasdingern und mit den effekten. das ist great. well done. schreibt einer. das ist auch eine rakete. das sind so kleine aliens. die idee ist gut. die umsetzung ist fragwürdig. ich gebe ihn gut. der hat eine hübsche rakete gebaut. aber das thema ist ja auch irgendwo nicht rakete. ah ne. ich sehe gerade die anderen planeten. oh. der hat die glowstone innen rein. das ist eigentlich ganz nice. ja. okay. okay. der hat den mond. der hat nur eine rakete. aber komm. wieviel acht minuten für das? ja. das stimmt. ja. okay. ist das der? was ist das? was ist das denn? hä? ist das stargate? das ist das portal. das ist portal. das ist portal. ach no. ich sehe es. ach so. das ist das space core. ja. aber das ist nicht so verständlich. das ist für acht minuten. das ist ein super kacka. okay. warum regnet es denn da? alles explodiert. ja. rain in space not possible. ja. super poop cause rain. super boop. guck es geht eigentlich. okay. ja. ja. also unsere ist jetzt auch nicht das gelbe vom Ei. aber es ist dabei. das sieht richtig halt kacke aus. okay. das ist deins jetzt. ja. mein mate hat mir geholfen. warum ist denn bei deiner erde weiß? ja. wegen nordpol? ja. wegen nordpol. ja. ich habe aus Versehen Epic gegeben. aus Versehen. aus Versehen? hä? das ist doch richtig so. ne. oh. was hat der fixiert? ja. ich weiß nicht was es ist. was ist das? es ist die sonne. die sonne ist schön geworden. oh mein gott. wir sind on the roll. nice. okay. dann machst du es aber auch für die heutige Folge. wenn es euch gefallen hat dann lasst einen daumen hoch da. machts gut und bis morgen. ciao. ciao.